Karl Valentin ist ein Universalschädling. Wir kennen ihn als großen Komiker, als Stückeschreiber, als Schauspieler, als Filmemacher. Aber er gehört auch zu den großen Philosophen seiner Zeit und unserer Zeit. Und Valentin hat noch immer Gültigkeit. So sind seine Sprüche und Aphorismen in unseren täglichen Wortschatz eingekehrt. Wer kennt nicht das Zitat, fremd ist der Fremde, nur in der Fremde oder mögen, hätte ich es schon wollen, aber dürfen habe ich mich nicht getraut. Und für die jetzige Lage hat auch Valentin immer die richtige Philosophie parat. So schreibt er in seinem Monolog Gegenwart von 1946. Ich sage nur so viel, über kurz oder lang kann das nicht mehr lange so weitergehen. Außerdem, es dauert noch länger. Dann kann man nur sagen, es braucht halt alles seine Zeit. Und Zeit wäre es, dass es jetzt bald alles anders wird.